Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Korne. Wir schauen uns jetzt den Volvo F60, äh, FL60 bis L90 Entools in der Version 3.5 an. Ihr findet das Ganze in der Kategorie, Fahrzeuge, Radlader und dann dementsprechend hier hinten. Volvo, Volvo FS, oder F-Series im Standard-Setup 234 PS, 288 Liter Diesel, 34 Liter Blut, 42 kmh maximale Fahrtgeschwindigkeit für 235.000 Anschaffungen, 11.985 im Leasing. Ihr könnt die Felgenfarbe beliebig abändern, wie ihr wollt, ansonsten habt ihr Reifenhersteller, Reifenvariante und Morderausführung, Reifenhersteller Michelin, Trelleburg und Nokian. Trelleburg könnt ihr noch entscheiden, ab Standard-Zwillingsbereifung, Zwillingspflegebereifung und das war's. Bei Nokian habt ihr die stinknormalen Kommunalreifen und das war's, ansonsten Morderausführung L60F, L70F und L90F. Das sind hier 234, 270 und 380 PS. Ähm, sobald ihr es upgradet, habt ihr hier 30 Euro bzw. 40 Euro Unterhaltskosten, die da am Tag noch extra zur Buche schlagen. Unter der Kategorie Werkzeuge und dann Radlader findet ihr dann auch noch drei Tools und zwar einmal die John Deere Schaufel für 3.600 Euro, die Poltergabel für 3.800 und die Folienballenzange für 1.700 Euro. Bei der John Deere Gabel könnt ihr auch noch zwei was einstellen, einmal das Design, dass hier oben und unten noch solche Zacken da mit rankommen und die Kapazität 5.000, 10.000, 15.000 oder 20.000 Liter. Ne, ansonsten bei der Poltergabel nix, bei der Folienzange auch nix, außer dass ihr hier natürlich die Farbe einstellen könnt. Und, ja. Ja, habe ich das Ganze mal gegönnt. Da haben wir ihn hier. Also Version 3.7, ich habe ihn euch noch nicht vorgestellt, deswegen im Allgemeinen was von vorne. Aber es hat sich auf jeden Fall schon mal vorweg, kann ich sagen, ein bisschen was zur ersten Version, also ein bisschen mehr im Vergleich zur ersten Version, was getan. So, ansonsten hier haben wir Michelinreifen, kann man alles gut erkennen. Hier Felgen und Co., das passt auch alles. Sieht schnieger aus. Ansonsten haben wir hier den Volvo-Schriftsuch. Hier noch das LF60. Auch hier können wir uns das Ganze hier gerne nochmal anschauen. Sobald ihr da jetzt was anderes, zack, auswählt, steht dann hinten auch LF90 und LF70, ne, alles mit da, beziehungsweise LF60F, so rum, wenn ich es wieder falsch ausgedrückt habe. So, vorne halt den Radladerarm, soweit auch okay. Ist zwar so ein bisschen, naja, matt gehalten, nenne ich es einfach mal, aber ich sollte jetzt an sich auch nicht weiter stören. Dann hinten Motor, beziehungsweise hier Kühler mit drin, hier nochmal Volvo-Logo, Anhängerkupplung mit dran. So mal da dranhängen, Lichtanlage, soweit auch ganz gut. Es wurde noch irgendwie gesagt, wegen der Lenkgestänge, dass das irgendwie nicht so passt oder so, wenn man sich das jetzt hier unten so anschaut. Stimmt in der Tat, aber fällt jetzt in meinen Augen an sich vielleicht auch nicht so auf. Ansonsten hier wieder das gleiche Problem, wenn ihr einsteigt, das erste Mal rupt ihr die Kamera aus irgendeinem Grund, sobald ihr sie bewegt, nach hinten. Ich weiß nicht, wie man das immer hinkriegt, aber okay. Wir haben hier 390 Dezibel, wie laut das Teil an sich ist, sehr schön. Ansonsten sitzt es mit Volvo-Logo. Das Volvo-Logo ist ein bisschen unsauber ausgeschnitten, was man sieht, aber immer noch verkraftbar. Wir haben Lenkrad, was sich bewegt. Wir haben viele Knöpfe, die man drücken kann. Funkgerät ist mit dabei, was über den Innenspiegel hängt. Das Funkgerät sieht leider gar nicht so geil aus. Das ist eher nur so die Grundform, aber nicht großartig weiter texturiert, was schade ist. Hier drüben haben wir ein Radio, das passt wiederum. Viele Spiegel, sehr, sehr viele Spiegel an sich, Bildschirme und vorne noch solche Beleuchtungsteile. Und hier noch ein paar Taster. Machen wir mal Soundcheck. Machen wir mal Soundcheck. Ja, hört ihr auf jeden Fall schon mal, naja, die Leistung bzw. die Power, die in so einer Maschine steckt. Das ist jetzt, das ist soweit ganz okay. Was mir vielleicht noch ein bisschen fehlt beim Beschleunigen, dass da ein bisschen zu wenig los ist. Aber ansonsten, ja. Spiegel, seht ihr auch funktionieren. Der sitzt jetzt hier gerade, der sitzt nicht wirklich in der Fassung drin. Das ist in seiner Ursprungsform. Der oben passt. Und der hier auch, obwohl ich sagen muss, bei den Rechten, das sieht man ja so gut wie gar nichts. Da sieht man ja eher noch mehr seine eigene Kabine wie alles andere. Und der Innenbereich Spiegel, den hätten wir theoretisch auch rauslassen können, weil da sieht man, ja, eigentlich auch nichts in dem Fall. Ja, ganz klasse. Also ansonsten so von der Steuerung her passt das Ganze. Da muss man wirklich sagen. Das ist ein Knicker. Kippt jetzt aber auch nicht um. Ist soweit okay. Wenn wir uns hier die Schaufel noch angucken, ergibt sich viel daran auszusetzen. Hier haben wir noch eine halbe Nacksche. Für die, die es freut, relativ schlecht ausgeschnitten, muss ich noch dazu sagen. Aber immerhin. Ansonsten ist das eben eine Schaufel. Ja, die Forstzange und dann die Ballendings da. Das ist soweit auch. Könnte alles anschließen. Läuft soweit auch, da klitscht nichts raus. Das ist alles im Rahmen dessen, was man eben kennt. Die Indoor-Kamera ist halt, dass das nach hinten ist. Halt echt. Ist halt in dem Sinne nicht Sackgang. Aber ansonsten. Boah. Können wir damit alles machen. Was ihr eben wollt. Das passt soweit erstmal. Naja, die Folienzankabelle hier. Zack. Könnte aufzumachen. Stinknormal bewegen, da klitscht nichts rum. Das passt. So, ansonsten schalten wir mal in der Nacht, um uns das Ganze auch mal anzuschauen. Also, per se beleuchtet ist es schon mal. Ihr seht hier rechts den Monitor. Wenn ich hier Gas gebe, wird die kmh-Anzahl mit angezeigt. Das passt soweit auch. Das funktioniert. Blinker oder sonst was. Ich habe hier natürlich auch vorne, muss ich vielleicht gerade mal einen Tag reinschalten, hier vorne auch anzeigen. Die sind in dem Sinne aber tot. Da funktioniert nichts. Das läuft alles über den Monitor hier ab. Das funktioniert wiederum. Wenn ich hier aber Blinker oder irgendwas in der Richtung anmache, sieht man das leider inne nicht. Wenn ich Beleuchtung anmache, seht ihr, da tut sich ja drinne bis auf das 2 was, was da vorne ist. Dieses Blobby. Leuchtet hier auch nichts weiter auf, was relativ schade ist. Aber okay. Blinker vorne, hinten. Funktionieren. Ansonsten normales Fahrtlicht. Dünneres Arbeitslicht. Wörteres Arbeitslicht aus. Könnt ihr separat mit Numpet 5, Numpet 6 aktivieren. Rundumbalken mit Partyhard ist mit drauf. Wenn wir da mal ein bisschen rückwärts fahren. Seht ihr allerdings, der reflektiert nicht. Der ist einfach nur da. Gibt jetzt aber keine Reflektion ab. Aber dafür, ja, habt ihr wenigstens ein bisschen Partyhardmacke. Wenn man da länger reinguckt, schlimm. Wenn man das Ganze hier noch so anschaltet, seht ihr hier, sind auf jeden Fall ordentlich ein paar LED-Strings verbaut. Da kann man jetzt weniger was dagegen sagen. Das passt alles. Leuchtet alles halt rot, wen es eben so gefällt. Rückwärtslicht hat er jetzt in dem Fall keins. Aber, ja, die Lichter funktionieren. Alles so weit hier vorne, seht ihr noch, ne, diese roten Dinger da, was das immer sein soll. Das passt also. Ansonsten habe ich da hier mal was vorbereitet mit der großen Schaufel. 20.000 Liter sollen reinpassen. Wird auch in dem Fall angezeigt. Lassen wir das jetzt hier einfach mal rein. Um zu gucken, ob das auch der Wahrheit entspricht. Und, ja, 20.000 passen auch rein. Aber ihr seht auch, bekommt ihr, je nachdem, wie man gerade steht, schon leichte, also ganz leichte Gewichtsprobleme. Ja, also 20.000 Liter, alles schön und gut. Aber das fängt er mit seinem eigenen Gewicht nicht mit auf. Das ist schon relativ, relativ witzig, als ich das beim ersten Mal testen gesehen habe. Läuft. Ja. Also da müsst ihr dann hinten mal zu sein, dass ihr an den Anschluss dann noch so einen Adapter kriegt, dass ihr da hinten mehr Gewicht dranhauen könnt. Ansonsten bringt diese 20k Schaufel in den Moment eher weniger was. Oder der Mod ist einfach zu leicht. Könnt ihr euch so ausmalen, wie ihr es eben denkt. Thema Lock. Da wirft er leider was raus. Und zwar zwei Errors und drei Warnings, wie ihr hier seht. Dauert das mit den Shadows irgendwie nicht hin. Dann gibt es noch zwei PNGs, die da nicht reingehören, weil es DDS sein muss. Und alles. Und das hat sich jetzt einfach nur verdoppelt, weil ich halt mehrere gekauft habe. Aber im Endeffekt zwei Errors und drei Warnings. Einmal wegen PNG und einmal, weil irgendwas mit den Scheidern nicht hinhaut. Joa. Das sollte soweit da sein. Ja, in dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Download-Link, irgendwie diese Bewertung ist wie immer verlinkt. Und ja, in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lass einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, haut rein. Tschöliu.